Herzlich Willkommen zum zweiten Teil von WarioWare Inc. Mega Party Games. Wir haben Intro Sport, Science Fiction, diese drei hier generell schon geschafft im ersten Teil. Und probieren uns, oder wir wagen uns jetzt an, die seltsame Reihe mit den besten Spielen überhaupt. Und wer nicht weiß, um was es ging, Minispiele in... was, was aufschlagen? Ja, man muss sich auch konzentrieren. Ein guter Start. Ähm, Zähneputzen! Man bewegt am Controller eigentlich nur A und... Und drückt manchmal auch öfters A. Und schon eben die Pfeiltasten und einparken, einparken! Oh! Und manchmal, man weiß halt nicht, was man tun muss. Einfach was drücken und hoffen, dass es richtig ist. Und ein bisschen Sinn muss es ja machen. Vor allem, wenn Auslösen da steht... was? Oh... Haha, Mist. Den Schlag habe ich zum Beispiel mit dem Steuerkreuz erwischt. Oh, verdammt, ich hätte wohl das Loch treffen müssen. Ach, verdammt! Sei mich so auf die Spiele gefreut und lose Fall Up! Das machen wir nochmal, nochmal! Seltsam dich schaffen wir. Wir schaffen die ganze Reihe heute noch. Ja... Nein! Das habe ich vorher schon versagt. Haha. Jetzt habe ich dich. Was auch immer das ist. Fliehen, fliehen, fliehen! Wegrennen, wegrennen! So ein Mini-Spongebob. Oh, das war jetzt mal eine Punktlandung hier. Schneller! Fliehen, 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 fliehen! Wow! Das war vielleicht so eine Sekunde wahrscheinlich jetzt. Was ist das? Tünden! Oh, schön! Ah! Ach, meine Güte. Aber ich hab hier noch ein Leben. Parken. Nein. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Man kann die Spiele übrigens auch üben. Aber das will ich nicht. Ich möchte gleich dieses Nervenkitzel da so... Jetzt schaff ich's aber. Diese leichteren Spiele, die machen's dann... Also... Da ist man echt froh, wenn dann sowas kommt. Oh, grad noch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Manchmal ist auch Glück dabei. Man hat keine Ahnung, wo vom Vulkan dann dieses... Was? Schneiden? Oh. Okay, das war gut. Das war gut. Ähm, ja. Ja. Nein! Oh. Nein zum... Oh, Mann. Ja, oh no. Ja, oh no. Nie lerne ich draus. Nie. Was war das jetzt? Ich war doch jetzt grad so gut. Ja. Oh, Mann, 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 Schrie, Mann, Schrie, Mann, Schrie. Ja. Ja. Das Schlimme ist, man wird auch immer ungeduldiger, immer unkonzentrierter. Na. Nein! Oh, Gott. Hey! Ghost. Stump, 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 stump. Gerade noch. Das Spiel war neu, das kannte ich noch nicht. Also, von früher vielleicht. Aber in dieser Session noch nicht gespielt. Oh nein, nicht schon wieder, geh weg. Oh, ja, ja. Ich hab ein Spiel geschafft. Eines der unmöglichen Spiele. Oh. Ich möchte auch einen Teller mit Gesicht haben. Oh. Awesome. Cool. Dum, dum, dum. Ja. Hey, go. Nein. Gibt's ja nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Das Bild macht mich fertig. Nein, nein, nein! Und das Toast hat mich eher fertig gemacht. Ein Toast, weil ich es nicht fangen konnte. Versteht ihr? Wow, das war aber jetzt echt knapp. Bitte, jetzt irgendwas ist mit dem Flieger, weil umso eher... Ja, genau, cool! Umso besser kann ich das lenken. Hey, cool. Das war jetzt nett, dass das kommen ist, als ich es gesagt habe. Dann vielleicht das mit der Nase wäre jetzt auch gut. Dass ich das da einfädel. Nein, ich muss das Ding fangen. Nein, nee, schon wieder zu spät. Das darf schon nicht wach sein. Muss ich eigentlich alle Spiele schaffen, oder? Also, weil ich habe vorher mal gesagt, dass eventuell manche nicht kommen bei dieser Storyline. Das war jetzt fast schon ein Wunder. Das ist ein wunderschönes Mädchen. Ja, genau! Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Was war das denn jetzt? Nein! Oh, verdammt! Nein, nix schneller! Ach, komm! Puh! Nein! Oh, gerade noch! Boss, bitte, Boss, bitte, Boss! Nein! Bitte, Boss, oh Gott sei Dank. Sonst hoffe ich mal, dass ich das schaffe, ich habe nur ein Leben. Nein! 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 Ernsthaft jetzt? Hey, kann ich das Spiel üben? Okay, Leute. Wir brauchen Übung. Wir haben jetzt alles gesehen. Seltsam. Oh nein, ich kann die Boss-Ebene nicht üben. Aber ich kann das üben. So. Ja, jetzt klappt's, ne? Ah, bei den kleinen Augen nicht mehr, aber die kommen Gott sei Dank nicht dran beim anderem. Ja, okay. Spiel beenden. Wir wissen ja... Okay. Das mit dem Toast haut öfters nicht hin. Ah! Pssst! Haha. Nein! Nein! Okay, das war jetzt gut. Das war wieder schlecht. Okay, eigentlich kann ich sie ja. Also, das hier unten noch. Man muss tatsächlich alle Spiele bis zum Schluss spielen. Ach, doch hier, Nagel auf den Kopf. Sehr gut. Das hab ich vorher nicht gesehen. Oh. Mist. Katastrophe. Eine Katastrophe. So, und der ist jetzt schon schreck. Habe ich jetzt wieder einen kleinen? Sehr gut. Das darf doch nicht wahr sein. Das Spiel macht mich fertig. Nochmal. Ihr seht gerade eine Jule an Verzweiflung hier. Ernsthaft jetzt? Okay, wenn ich das jetzt halt so behalte, dann... Das schaffen wir jetzt. Ja, also... Stay for coamer. Nein! Nein! V Tschüss! Nein, jetzt könnte ich ja... Da kann ich eigentlich gleich nochmal von vorne anfangen, Mensch. Kleine Katastrophe, hey. Das Auto hat aber einen weiten, äh, Wendegräse. Ohohoh. Hey, go! Go! Wow, ebenfalls der Knopp. Oh Gott, dann ist das mit den Fliegern, kommt. Oh, Gras, Gras. Ohohoh. Jetzt habe ich ganz vergessen, bei wie vielen war denn das Obergeschoss? Oh, ich hätte aufbleiben müssen auf A. Nein, 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 ich habe ein wertvolles Leben einfach verschleudert. Ach Gott. Oh. Ohohohoh. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Beim letzten Mal! Nein! Ich kriege die Krise. Das muss ja spannend bleiben hier. Oh! Ernsthaft jetzt? Ich habe es geschafft, Leute. Wow! Ja, Mona, du dich aus. Ich glaube, ich muss mich auch ausruhen. Hey, so viele Nerven, die jetzt draufgegangen sind. Hammer! Und wir spielen jetzt mit 9 Volt weiter. Wie cool ist das denn? Festhalten? Habe ich, glaube ich, gut gemacht. Ah, ausweichen! Oben drüber ging nicht. Ich bin von da Ding abgeprallt. Oh. Ich hätte es oben schnappen müssen. Entschuldigung, 9 Volt. Aber wenigstens kann ich bei ihm jetzt weitermachen. Ja. Haben wir noch Zeit? Ja, wir spielen noch Nintendo. 9 Volt. Verschwinden, verschwinden! Ich muss da ran. In die geheime Kammer des alten Mannes. Ah, ich hätte nur einen. Ich habe 11 gelesen. Was? Aufpassen. Ah, ich hätte wahrscheinlich von links nach rechts gemusst, ne? Das wäre sinnvoll gewesen. Was ist eigentlich dieser 9 Volt? Ich habe schon gesagt. Wow! Bei F-Zero einfach mal so gras in links in die Kurve gehen. Fire! Ready? Ich mag's, wenn der Hund lacht, aber das hat er jetzt leider nicht getan. Nein. Oh, gut. Was muss ich tippen? Neun. Diesmal war ich ein bisschen schlauer. Ich war ein Staubsauger. Und jetzt bin ich in den Fliegenklatscher. Kaputt. Oh, sehr gut. Und noch drei Leben. Bitte lass mich das schaffen. Was, sechs muss ich schlagen? Okay. Oh, oh. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Okay, eins. Nein, das müssen alle sitzen, ne? Haha, schon verloren. Oh Gott. Wie gemein du bist, du verdammte Ballmaschine. Okay, guter Start. Kommt jetzt was schnelles? Ja. Haha. Nochmal was schnelles? Nein. Ha. Tja. Das habe ich dir gezeigt, du blöde Maschine. Keks, willst du es versuchen? DJ? Klar. Wen haben wir jetzt? Mr. Obolon. Obolos? Was? Negativ. Furchtbar. Furchtbar ist negativ. Oh. Das sind so Spiele, da hat man ein bisschen mehr Zeit, weil das irgendwie so mit viel Denken jetzt zu tun hat. Zählen. Drei, oder? Ja. Was? Was schwerer ist, oder wie? Ja, links. Okay. Was mehr ist? Rechts wohl, ne? Ja. Auswählen steht da immer. Ja, was auswählen? Entscheide dich für eins. Das wird schon richtig sein. Was? Suchen? Was? Ah, was muss ich suchen? Ach, das vierblättrige Kleeblatt. Das hat es denn gemacht? Hoho. Und die ganze Stadt hat Strom. Doch einen Stromfisch. Aufpassen. 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 Hier. Hier muss ich ran. Ah, okay. Ich betrachte ihn. Wo ist Olek? Ich hatte nur Glück, weil ich jetzt wusste vorher... Ach, weil jeder weiß, wie ein normaler Gameboy Advance aussieht, oder? Suchen. 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 Das da. Muss ich das suchen? Ah, das sieht aus wie... Naja, eigentlich so eine Kidnail-Bohne, oder? Das A gedrückt halten und links. Okay. Richtig. Hä? Das falsche Wollen. Das war... Okay. Der oben war ja süß, der Trommler. Ach, ich hab... Was? Ich hab jetzt alles mögliche gedrückt und hab dann... Hä? Okay. Und dann? Okay. 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 Ach, nach oben hin. Ah, okay, gut. War das jetzt richtig? Ich habe irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Also, auf ein paar Bier, glaube ich, ist das echt lustig, was man sich suchen. Eine Katze, eine Katze. Die hier. Die hier. Ähm. Was? Was war das? Äh, es ist Hunger. Du kannst angreifen. Was wirst du tun? Eine Ohrfeige. Das hat weh. Hunger greift an. Was werde ich tun? Fliehen. Die Musik. Oh, oh, ich habe aber A gedrückt. Oh, die Erde ist zerstört. Okay. Ob ich jetzt im nächsten Versuch den Endkirchen hier besiegen werde, seht ihr dann im nächsten Pfad, weil danach geht es wahrscheinlich auch gleich weiter mit den nächsten Levels. Es bleibt spannend. So, okay. sorry. So, naja.